Das rettet Schildkröten? Das ist eigentlich voll süß, weil von so einer Organisation, die Schildkröten retten, kann man sich so ein Armband kaufen. Zu jedem von diesen Armbändern bekommt ihr eine eigene Schildkröte dazu. Die könnt ihr dann einfach mit eurem Handy verfolgen und nachschauen, in welchem Meer die gerade so rumschwimmen. Meine Name ist Charlotte oder Charlotte und es ist so süß, weil ich kann immer gucken, wo die ist. Es gibt aber ein Problem. Also das ist Charlotte. Die Schildkröte heißt nicht Charlotte oder Charlotte, sondern Thunderbird. Die echte Schildkröte Thunderbird hat eine krasse Reise hinter sich. Die wurde im Mittelmeer gefunden, da hatte sie sich in einem Fischernetz verheddert, wurde dann aber befreit, aufgepäppelt, mit einem Peilsender versehen und dann wieder freigelassen. Und dann hat irgendein Hersteller von diesen Plastikanbändern gedacht, das Bild klaue ich mal, spiegle es und verkaufe euch eure eigene Schildkrötengeschichte. Also leider keine eigenen Schildkröten für uns. Wenn ihr den süßen Schildis also was Gutes tun wollt, lieber direkt spenden.